Ich weiß nicht, dass wir einen deutschen Projekt nicht nur 1000 Euro aussehen. Hängt ja immer davon ab, was man später werden will. Wenn man Germanist werden will, dann bezahlt man das. Ansonsten über Programmierer werden wir bezahlten für andere Sachen. Oh mein... Das ist ein Eiswort. I-Tag. 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 Wie ein I-Pod-Touch, nur ein Gruß. Ja. Aber ich dachte, es gibt eine größere Version. Und es gibt die mit 3G und so, aber auch nicht mehr Speicher, aber die sind alle gleich drin. Gucken wir mal, was hat denn da drin? Na gut, das war's aber. Und das war's auch schon, aber stopp. Dann noch ein Probein.